so hallo wir sind hier im ferienhaus römerturm in 88 44 schöder steiermark österreich hier ist das appartement 4 für bis zu sechs personen mit einem wohnzimmer und zwei schlafzimmern küche und toilette dusche natürlich hier kommen wir in das wohnzimmer herein hier ist der durchgang zu einem schlafzimmer balkon television ein fenster naturböden lärchenholz neue einrichtung aus massiv reiche hier die ausziehbare luxus couch federkern matratze zwei meter auf 1 meter 60 breit ja gehen wir gleich in die küche mit allen drum und dran kühlschrank und so weiter herd seranfeld dann können wir eigentlich gleich auf dem balkon rausschauen vom schlafzimmer das erneuer balkon lärchenholz 2019 neu renoviert hier ist das zweite fenster vom schlafzimmer hier sieht man in den garten hinunter der rasse der rasse garten da unten ist unser hühnergarten da drüben ist das appartement 5 mit dem mit einer terrasse eigentlich jawohl da drüben ist die nächste ortschaft schöder so kommen wir wieder herein gehen wir in das zweite schlafzimmer auch naturböden naturholz mit zwei getrennten also einzelbetten eins mit 90 cm und hier ist ein bett mit 1 meter 40 breit sogar zwei personen könnten hier sein auch mit ausblick in den garten wie gesagt wir sind apartment 4 eigene balkontüre schauen wir noch einmal gesamt ok da kommen wir wieder in das wohnzimmer hier geht es in das zweite schlafzimmer hinein mit stockbetten hier könnte man noch ein einzelbett hinein stellen da wäre sogar platz für sieben personen natürlich fenster auch hier sieht man nach schöder die nächste ortschaft das wäre das vierer appartement zu guter letzt dusche toilette alles neu renoviert 2019 20 alles hier ok ok besuchen sie uns auf www.römerturm.at 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 www.römerturm.at